Hallo zusammen! Schlaf ist wichtig für unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden. Wenn Sie unter Schlafproblemen leiden, können Sie sich müde, schlapp und unkonzentriert fühlen. Leiden Sie auch unter Schlafproblemen? In diesem Video gebe ich Ihnen 7 Tipps, wie Sie besser schlafen können. Tipps Etablieren Sie einen regelmäßigen Schlafrhythmus. Gehen Sie jeden Abend zur gleichen Zeit ins Bett und stehen Sie jeden Morgen zur gleichen Zeit auf, auch an Wochenenden. Schaffen Sie eine entspannende Schlafumgebung? Ihre Schlafumgebung sollte dunkel, ruhig und kühl sein. Vermeiden Sie es, elektronische Geräte in Ihrem Schlafzimmer zu verwenden. Vermeiden Sie Koffein und Alkohol vor dem Schlafengehen? Koffein wirkt als Stimulans und kann es Ihnen schwer machen, einzuschlafen. Alkohol kann zwar helfen, Sie einzuschlafen, aber er kann Ihren Schlaf später im Laufe der Nacht unterbrechen. Machen Sie vor dem Schlafengehen Entspannungsübungen? Entspannungsübungen wie Meditation, Yoga oder progressive Muskelentspannung können Ihnen helfen, sich zu entspannen und einzuschlafen. Nehmen Sie sich Zeit für ein Nickerchen. Ein Nickerchen tagsüber kann Ihnen helfen, sich zu erholen, aber vermeiden Sie es, zu lange zu schlafen, da dies Ihren Schlaf in der Nacht stören kann. Sorgen Sie für ausreichend körperliche Aktivität. Regelmäßige körperliche Aktivität kann Ihnen helfen, besser zu schlafen. Achten Sie jedoch darauf, nicht zu spät am Tag zu trainieren, da dies Ihren Schlaf beeinträchtigen kann. Vermeiden Sie Stress vor dem Schlafengehen Vermeiden Sie es, vor dem Schlafengehen wichtige Entscheidungen zu treffen oder sich Sorgen zu machen. Wenn Sie sich gestresst fühlen, versuchen Sie, sich zu entspannen, indem Sie eine Entspannungsübung machen oder ein warmes Bad nehmen. Wenn Sie diese Tipps befolgen, können Sie Ihren Schlaf verbessern und sich fitter und ausgeruhter fühlen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn Sie weitere Fragen haben, hinterlassen Sie bitte einen Kommentar.